So, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fall von L.A. Noire. Gut, wir sind hier stehen geblieben im Morddezernat, Büro. Das genauso ausschaut wie beim Verkehrsdezernat. Hast du die Anrufe? Dann bin ich über KGPL. Es ist auf Tempelstreet, in Belmont und Glendale. Oh, Tuna. Yo. Hm, machen wir das hier. Ich hab wieder Lust auf ein Straßenverbrechen. Das wird schon wieder. Ja, und schon wieder Musik wieder. Einfach mal wieder so Lust auf ein Straßenverbrechen, sag ich euch. Was ist da, Rose? Parker will die Chief's job. Word ist, es wird ihm oder Thad Green sein. So, sie sind beide zu verabschieden. Wo ist das, Galloway? Es bleibt mir mit einem Schump wie du, Phelps. Ich habe nicht gefragt, und ich will nicht, so bleiben Sie es zu dir. Mal sehen, ob Sie lernen, was ein realer Typ operiert. Was er bedeutet, die Werewolf? Die Dalli. Die Daily News kam aus, kam ihn die Werewolf. Die Dalli kam mit einem Black Valley. Weren't you closer zu catching him? Not a chance. Six months and hundreds of guys running down Leeds, and we got nothing. You don't think this has anything in you? No, I don't. 90% of murders are domestic, helps. Some guy gets into a beef with his wife if he takes it too far. So be the same. But cutting someone in half and leaving them off the sidewalk, that's a want-off. Why so many women this year? 12th century unit, car 16L, report the possible jumper at 8th and hope. Ein Selbstmordkandidat? 11K, go ahead. Todessturz, wie sollen wir den einretten? Ich werde es tun! So helft mir Gott, ich werde jumpen! Du musst da hochkommen. Let me do the talking, Detective. Ich weiß ein vieles von dieser Psychologische-Stuff. Du ziehst den Backallee und find einen Weg nach oben. Komm, Delpse, wir gehen. Du schaust? Sicher, du wirst es nicht mehr, bevor du es machst. Ich werde! Ich werde! Was? 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 Der ist schon gleich dort Was machst du denn? Du musst nicht hinterher, alter Mann Ich erinnere meinen ersten Jumper. Ich habe ihn mit einem Spun. Ich kann es nicht vergessen, aber ich kann es nicht vergessen Also Ich... Ist das was du willst? Ich kann es nicht machen Ich werde nur... Ich komme ruhig, nur... Ich brauche ein paar Hilfe, bitte Du musst mir ein paar Hilfe Schön Du bist ein Gefahr für dich selbst und anderen Wunderbar Mann, diese ruhige Musik, ey Was ist das? Aha Ah, das ist das Filmset Cool Das sind diese ganzen... Sachen Da als nächstes hin Gut Jetzt lasse ich mal mit dem Partner fahren, dann gehts schneller Ja Du bist hinter dem Rad Los geht's Du bist Du bist Ah ja Nein Da Wow Was ist das für eine geile Karre wieder Ah, wieder zu weit entfernt Ich fühle mich wieder ganz faul und lasse den Partner fahren Mit unserem Batmobile hier Ah, das bei jedem Fall eine andere Hintergrundmusik ist Das merkt man richtig Wie ist das für den Examener, Galloway? Du könntest ein guter Pressen Another Tramp, another Message Ist der Werewolf back in Business, boys? Do you have a Mother, Asshole? A Sister? Wie ist es ein Respekt für diese Poor Woman? Let's do our job, und Detective Galloway will give you a Statement later Er ist gut, Rusty Er ist gar nicht wahr, dass es so genutig ist Das ist Phelps, guys Der War-Hero Offen die Ehre von Humpf zu verabschieden Du hast es, Phelps Geht es weiter, guys Du hast deine Bilder, du hast deine Headlines Jetzt schraub Hm Das war jetzt aber ein Anblick Krass Das war jetzt schon ziemlich arg Da kleinst doch was, oder? Nein Doch Ein Messer Oh nein Na, laufst du vielleicht? Oh, we are Moment Aber Was hast du Das war jetzt du hast Scher Sieh Was ist Sieh Scher Ach Es ist ein Teil davon. Die Kinder parken hier, sie benutzen sie wie eine Lieblingsfläche. Es ist ein Wohnzimmer. Es gibt ein paar Probleme, aber nichts wie das. Es ist bekanntlich als The Moors. Du warst erst auf der Szene? Ja, Detective. Keine Ahnung hat sich das Körper verletzt. Nein, Herr. Wir haben die Vulture-Porter geschlossen, damit Pinker und die Coroner arbeiten können. Sie warten mit dir zu sprechen. Gehen nach Hause und sehen was du mit. Da war vorher noch was. Aha. Golfschläger. Ach nein, da liegen nur... Da liegt nur ein Golfschläger, ein Messer, eine Pistole und so weiter rum. Aber es ist nicht wichtig für den Fall, ne? Sieht so aus wie ein Puzzle oder Parler. Was war das gerade? Warte einen Moment. Hey, bin ich ge... Bin ich ein Geograf oder was? Was ist das für eine Scheiße? Was ist das für eine Scheiße? Was ist das für eine Scheiße? Dann heb's nicht auf. Zum hundertsten Mal. Fußspuren. Die Leiche ist schon krass zugerichtet. Hame Frau. ... Was ist das jetzt? Ach, du. Jo, jo. Nur aufheben. Und akrobatische Sprünge machen. Da ist sicherlich irgendeine Nachricht dringend. Der Lippenstiftmörder, oder? Ah, gut. Na, was ist das? Eine Haarbürste, toll. Das bringt mir nichts. Großartig. Das hatten wir schon. Gehen wir mal zur Leiche und zum Doktor. Ah, wir hatten doch gerade einen Baseballschläger. Was ist dieser Wound? Ein Ring, wahrscheinlich. Ich glaube, es wurde nach dem Mord. Hm. Interessant. Eww. Schön. Da haben wir schon geschaut, oder? Da auch schon. Da auch schon. Weg damit. Okay, ich glaube, es reicht von der her. Moment. Okay. Das war's mal wieder mit einem Part von Let's Play L.A. Noire. Wir sehen uns. Tschüss. Wir sehen uns. Wie geht es?